Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf, Flingern-Nord. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 75 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.252 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet.